Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Sein nächster Schritt. Was ist sein Plan? Was hat er vor? Die Antwort gibt hier diese Karte. Er ist in vollem Vertrauen, hat eine optimistische Haltung. Er meint, das ist alles im Sternen geschrieben und es muss der richtige Zeitpunkt sein, wo er das Gefühl hat, ah ja, jetzt kann ich handeln. Aber er hat jeden Fall eine sehr optimistische Haltung. Was bremst ihn oder wer versucht es zu verhindern? Gibt es hier Hindernisse? Jemand beobachtet die Geschehen und schaut genau zu, welchen Schlüssel wird er nehmen. Das hat eine symbolische Bedeutung und das heißt, was hat er vor? Welche Tür möchte er öffnen mit diesem Schlüssel? Und bis dahin ist ein Hin und Her mit Höhen und Tiefen. Das hält ihm auch regelrecht gefangen und dafür sorgt diese Frau. Wird er dieses Hindernis überwinden? Die Antwort gibt dieses Bild. Ja, er beherrscht die Situation. Also sie kann ihn nicht einschränken. Er beherrscht auch seinen Gedanken und Gefühlen und vor allem, er ist glücklich dabei. Welche unerwarteten Ereignisse kommen? Etwas, womit ihr noch nicht rechnet. Eine Verbindung, eine zarte Berührung erwartet euch. Und das war diese Legung, sein nächster Schritt. Eine allgemeine Legung. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, diese Legung auch zu buchen. Dann ist es persönlich maßgeschnitten und passt genau auf euren Situation. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici. Eure Dendera Susanna Medici.